Maria und Josef sind aus unserer Weihnachtskrippe gestohlen worden. Habt ihr vielleicht was gesehen? Nein, gar nichts. Jedenfalls haben sie diesen Zettel an den Esel geheftet. Zahlen sie 500 Dollar oder die heilige Familie wird verbannt. Verbrannt. Die wollten schreiben verbrannt. Naja, die wollen wohl ins Geschäft kommen. Werden sie zahlen? Ja, natürlich werden wir bezahlen. Ja, aber zuerst rufen wir die Polizei. Nein, keine Polizei! Ich meine, sie sollten das nicht riskieren. Kidnapper mögen nicht, wenn man die Polizei ruft. Die haben sicher vergessen, das auf den Zettel zu schreiben. But, Kelly? Ja? Würdet ihr das vielleicht in der Nachbarschaft aufhängen?